hier die ja vierte das heißt auf wiedersehen ist die seite wieder zurück bei uns bei left for dead 2 du kannst das feier nicht du bist feier ganzer ganzer schlimmer so ganz schlimmer wir haben es noch gar nicht gesagt warum wir überhaupt hierhin gegangen sind wir haben den ziehen fürs boot genau fürs boot wo man ganz am anfang in vor fünf folgen was wird sich getroffen hör auf da vorbeizulaufen ich snipe dir die ganze zeit auf weil manche da dumme der wand rumstehen ja weil wir es ja medica übrig ich habe mich ich habe doch kaum der mensch gemacht wird von tiefen schlussendurch sie die berühmung was tut jetzt so nicht vor allem zu wort sein alles geplant ich habe aber auch geschossen das ist der hallo hallo leute ist lustig ist jetzt kommen so regen events da kommt dann immer in kabel was wir jetzt zum beispiel das komische ist dass sie immer genau zu uns wo der regel ist noch eine tür offen ja ich denke ich könnte dir auch decken wird nur so ich habe kann wir nirgendwo entschießen ja gut dann stehst du in der ecke ich hole neue moni und neue moni leute ich mache sie noch einmal bester spruch gerade so viele wünscht gesehen hat war es hier die selber gesprungen ja ja stimmt wir waren so und ich ein bisschen dichter beisammen ja aber trotzdem ist ja hier eigentlich nicht anders ergeben wir gleich zum aufzug rachen wir dahin aber wir rachen zum aufzug wir müssen jetzt ja gar nicht mehr waschen ja trotzdem weil hier sieht man ja wasser habe ich getötet und stehens mit lebt was ich hätte ihn auch noch erwischen können er war nicht der froh der froh der froh der froh zeigen euch mal die dritte ideen was ich legt ich kann mich bei rossi hier ist angekotzt ich hab mir das medikett aus dem moment kurz ich höre schon wieder eine witch ich hoffe das war ein versehen und das mag mir nicht die froh die rossi wo er diese fast tot schon wieder wo ist medikett so alleine kommt hier ja von hinten ich hab doch ein defi weg mich mal nein ich wollte den molly nehmen nicht das medikett tipp mal darauf dass die witch oben am aufzug steht das wäre gammelig hat jemand ne schrot ich habe ich habe ein setz ich auch ob es einfach mal nicht ich vertraue ich vertraue dem autoball das lebt hast du nein lebt vor der liebt uns wir sind lebt vor der liebe wir sind lebt vor der viel sie stehen nicht in der tür das ist schon mal sehr gut meine taschenlamm aus taschenlamm aus taschenlamm aus die sitze links ich muss mir gerade mal die audiospur vorstellen dass du ein bisschen ja an der treppe so halt es kommt doch kein incoming der ganze zucker eine schande der ganze zucker eine schande verstehe ich glaube ich ok kommt runter und schafft gerade gesagt der ganze zucker eine schande warte mal kurz ich dir schnell die options erklärt erklärt und mein untertitel schon wieder wechseln martin kommst du leute ja ich habe ein kleines problem hier und zwar nur ein kleines in kaffee ja ich bin ja bei dir wenn du bei dir bist dann fühle ich mich wesentlich sicherer martin bist du noch da was so weise du bist trotzdem noch sehr leise was ist leise der martin ist ja so jungs ach ich verstehe ich habe molly dabei ich glaube den brauchen wir das ist besser kommen wir gehen das ding hier hoch oder hinter ist knackig und wunderschön ich weiß deswegen das ist ja auch mein hintern meika macht das würstchen oooh oooh Leute und wenn wir mit denen auch noch spielen das ist ein privileg wenn wir fertig sind machen wir noch mal ein special dann spielen wir 5 gegen willi bzw gegen martin was denn 5 gegen martins willi 5 gegen martins willi 5 gegen martins willi ey wir müssen doch einen stockwerk runter 5 gegen martins willi ja ich bin ein stockwerk unten ja häng fast jetzt nicht mehr baseball schläger action katana wie bist du da hoch gekommen äh einfach gesprungen ach okay ich fand's auch unlogisch ja tschuldigung katana ich hab'n katana gefunden und der erste k weiter rushen ich rushen ich rushen hier um den ding rum ich rushen ich rushen ich rushen ich rushen total yo man ich bin voll am rushen ich rushen nochmal pass auf ich bin so schnell ich rushen dimitri nicht rushen dimitri man zieh du klost mir alles hör auf mal vladimir ey vladimir ne wendsschön ähm luigi wende dich nicht gegen familie in meinem namn sagt man nicht was er sagt der molly ich hänge schon wieder in der ecke er brennt nicht mehr der arsch auf kopfhül von beim tank zielen er brennt wieder wenn nicht mehr auf kopf es dauern es dauern es dauern es dauern es dauern es dauern und die nation lasst mich von rochie heilen hat einer von euch noch ein wenig kipp ja ich habe mir geht es nicht viel besser du bist du bescheuert nein ich bin deine mutter ich habe ein ding im free tv kam heute mein monster was das alien und ich musste gerade daran denken an ich werde vergessen wenn wir nicht am anfang hat ganz ja über sein ich bin runtergefallen weil mich wieder runtergestoßen kommen wir gehen ein paar rohre verlegen was ein geiles rohr du hast ich glaube ich glaube ich kämpfe heute mit der rohre stecke oder geht es auch weiter ja ich kämpfe heute mit meiner rohre stange ich glaube noch mal wir sind im obergeschoss endlich mal da liegt was adrenalin nicht das haben wir ich bin zu passen nach wie unter wären mir lieber gewesen rochelle wieder lass rochelle Charger oben alter was ist hier unten los Rochelle ist hier. Komm runter. Vorsicht. Da haben wir gerade sehr schön die Zombies abschießen. Ich dachte Rochelle ist mal wieder von einem Jockey. Das war irgendwie kurz. Okay, wir sind schon fast da. Es ging ja souverän. Keine zwei Versuche, keine vier Versuche. Habe ich schon erwähnt, dass ich das Wort souverän mag? Und wie war das andere? Ach, mir fällt der Name nicht ein. Oder das Wort nicht ein. Lass sie rein. Hä, ich hab ge... Ach, Rochelle ist da. Die Welt ist auch so gefeiert. Die hat mich weggedrängt. Was? Was, bitte? Oh Gott, ich bin nur wieder ein bisschen imber. Aber... Wie wenig Zombies waren auf der Map? Wir sind durchgerusht. Trotzdem. Trotzdem. 38 Minuten, weil ich nicht gestoppt habe. Es kamen nur ein oder zwei Incomings. 13 Minuten circa. Nein, so habe ich rechte. Dann sind wir ja gar nicht gerusht. Aber schon, habe ich schon ein Spielchen. Ich hatte schon einen Tag, das reicht. Eine, ne. Oh, ich bin Superkiller. Ach ne. Nichts Junge, du kannst nix. Besser als zu, obwohl ich gleich viel habe. Winsch, Superkiller. Aber er geht auch gleich viel. Ja, aber ich bin besser. Nicht wirklich. Ich bin ein besserer Nahkämpfer. Wow. Aber ich bin mit meinem Knüppel. Das war mein Knüppel länger als Martin seiner. Das Medikett. Wegen dir kriege ich das Medikett nicht. Ne, das ist ein Defi Scheiße. Wer die gibt, ja. Wer hat gerade gesagt, dass der Defi Scheiße ist? Ne, ich wollte mich heilen, deswegen. Das Defi ist nicht so toll dafür. Okay. Ähm, gut. Folgenpause. Folgenpause. Wir sind überragend gut. Bis zur nächsten Folge. Ja, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao, Bella. Ciao.